Das ist gar nicht so einfach, Lehrkräfte dabei zu unterstützen, weil die arbeiten natürlich auch unter einem hohen Zeitdruck und haben wenig Zeit, sich noch zusätzliche Dinge aufzulassen. Sie müssen ja den Unterricht vorbereiten. Eine Möglichkeit ist natürlich, Kriterien zur Verfügung zu stellen, nach denen sie selber prüfen können. Aber das setzt auch voraus, dass sie in manchen Bereichen eben Wissen mitbringen, um diese Kriterien anwenden zu können. Eine andere Möglichkeit, die ja hier mit dem Materialkompass gewählt ist, ist diese Bewertungen schon gleich von Fachleuten bereitzustellen. Das ist natürlich großartig und super. Eine weitere Variante ist, direkt in Fortbildungen solche Materialien vorzustellen. Das ist aber natürlich noch viel kostenintensiver dann letztendlich. Es gibt diese Gefahr, ich würde es aber nicht grundsätzlich sagen. Die Erfahrung ist durchaus, dass externe Partner manchmal eine sehr wichtige und wertvolle Bereicherung von Schule sein können. Wir haben das in vielen Bereichen über lange Jahre tradiert, dass es gut ist, wenn auch mal Experten an die Schule kommen. Und deswegen würde ich die Zusammenarbeit nicht per se verteufeln. Aber wichtig ist, und da haben wir auch eine Befragung durchgeführt, das war den Lehrkräften auch immer wichtig, dass es eben eine Zusammenarbeit dann unabhängig von Eigeninteressen stattfindet. Das heißt also nicht eingebettet in den Werbekontext, nicht eingebettet in eine Abhängigkeit, die dann entsteht. Und das ist sozusagen das zentrale Kriterium, das ich auch unterstützen würde. Also mitunter kann es auch sehr wichtig sein, vielleicht auch eine tendenziöse Meinung mal mit einzubringen, wenn es dann aber auch wieder aufgehoben wird und eingefangen wird. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.